Und damit willkommen zurück zu Infernium, im dritten Part von Infernium. Wie komme ich da oben hoch? Das ist ja jetzt gerade, da oben ist ja auch noch eine Kugel. Wie komme ich da hoch? Also, wir wissen jetzt hier nicht gut. Aber wir wissen auch, vielleicht kommen wir hier hoch. Okay, komme ich da hoch? Na, komme ich da hoch? Nein. Was ist das? Ah, wartet. Meine verlorengegangene Energie. Hier war es nicht, aber egal. Es reicht nicht von der Reichweite. Das wird auch nicht reichen. Hm. Wir kommen da aber nicht hoch, ne? Nee. 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 Jetzt ist die Stelle, da war ich schon mal. Ich stelle mir jetzt gerade echt die Frage, wie mache ich das am besten? Weil hier wissen wir jetzt, dass er da mich verfolgen wird. Also hier lang rennen muss, rüchten muss, rüchten muss, wie auch immer, hier runtergehe, hier wegkomme. Ich bin hier im Kreis, da muss alles, ah, hier kann ich noch was einsammeln, haha. Bisschen Energie habe ich dann schon mal, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wie komme ich da hoch? Okay. Gut, ich zauber mich mal nach da hinten hin. So, komm her, danke. Kannst du gar nichts machen. Ich kann ja nur nicht vernichten, ne? Ah, das war da lang. Bei dem großen ausweichen. So. So, kann ich jetzt wieder zurück oder muss ich warten, bis die Musik vorbei ist? Ernsthaft? Ab da. Na toll. Super. Ah, nein. Ah, nein. Das ist echt sauknifflig. Weil ich kann ja nicht an denen vorbei. Oder kann ich mit denen interagieren. Du wirst ja auch, dass ich jedes Mal meine Energie verliere, ne? Weil hier mit denen kann ich nicht interagieren. Wenn sie sterben, finden sie eine Tür. Hinter dieser Tür erwartet sie nichts Gutes. Darf ich denn da oben drauf gehen? Da oben darf ich halt nicht drauf gehen, ne? Das ist das Problem. So. Den kann ich mir holen. Ähm. Okay, dann bin ich wieder hier. Das ist die Ecke. Nee, nee. Nee, da komme ich gar nicht so rauf, ne? Nichts machen. Da will ich gerne rüber. Da will ich gerne hin. Und... Dahinter, aber... Was soll ich machen? Und das hier resettet sich immer wieder. Das hier besitzen sie. Und das ist in der Zeit. Da ist es ein richtiges Kubergeräusch. Wieuted man die Leute ausgelenken? Wie ist das hier? Es ist eine The沒錯-Karte-Karte-Karte. Das ist ein Liebling-Karte-Karte. Hä? Ich versteh's nicht. Ja, meine Chance besteht hier drin, mich von dem hier verfolgen zu lassen. Wenn ich mich verfolge, geht dementsprechend aus, war hier ganz schnell weg, verschwinde. Ich kann schnell verschwinden. Oh. So viel zu dem schnell verschwinden. Okay, gut, ich bin weg. So. Komm, Energie. Okay, und verschwinden, und verschwinden, und verschwinden, und verschwinden. Oh, oh, oh. Ich hab die Energie, jetzt muss ich nur überleben. So. Wunderbar. Verfolgst mich. Nein, falsche Richtung. Oh Mann. Ich hätt's mir echt mal merken sollen. Also der Schwierigkeitsgrad ist echt hoch. Ah. Problem ist, dass schon wieder eine Energiekugel weniger ist, ne? So, es gibt Gegenstände, die Machtverleihen. Aber an die komm ich nicht ran. Wieder keine Energie. Oh, ist das nervig. Ich glaube, ich hab's schon total verbockt, oder? Oh, kam ja. Wow. Okay Mit der Energie So Ein bisschen Energie, wow Aber es ist immer nicht das, was ich brauche Da braucht nichts weiter, ne? Ne Das andere komme ich auch nicht ran So Komm Verdammte Axt Was soll ich denn das jetzt machen? Super Nein Oh, ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's Herrgott, nochmal Ist das gut, ist das gut, ist das gut Komm, komm, komm Egal, komm Wir hauen jetzt erstmal ab hier Da ist er Okay Egal, wir haben jetzt Wieder volle Energie Können jetzt gegebenenfalls den Weg uns da freimachen Warte Okay Okay Ich weiß jetzt, glaube ich, dass ich jetzt hier links hoch musste Ich bin weg Weit weg von dir Ist zwar schon voll, aber Ich bin mir jetzt mal zu 100% sicher Was die richtige Entscheidung war Da unten ist auch wieder so ein Kleiner Blöder So Nö Nö, nö, nö Ich will da hoch Ich will genau hier lang So Gehen wir mal hoch Obwohl, nee, komm, lassen wir mal lieber Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme Und dann ärgere ich mich Oh Den nehmen wir natürlich mit Nee, ernsthaft Aber wie Ah, jetzt machen wir mal einen schönen Überblick von der Welt Um die komme ich da rauf Ach, ja Das wann, dann ist es troplästlust Das wann, dann ist es troplästlust Oh, ne Kugel Noch eine Kugel Eine Kugel Ja, geil Und wie soll ich an die rankommen? Hä? Nee Ich meine, Energie rächt doch gar nicht aus Sind das meine Versuche? Scheinbar schon Ah Wartet Und nun Und Und nun Nein 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 Ich würde sagen Wir gucken im nächsten Part nochmal Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich Sag bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Trochot Rein Tschü tschü Tschüü Bis zum nächsten Mal.